Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 13. Juni. Brita Arena macht sich bereit für Konzerte, A671 muss zeitweise gesperrt werden und morgen bleiben die meisten Apotheken zu. Das und mehr heute im Podcast. In der Brita Arena in Wiesbaden laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Denn schon am Samstagabend geht es dort mit den Konzerten los, den Auftakt macht's den, am 21. Juni folgt Lionel Richie und am 25. Juni One Republic. Die große Konzertbühne werde diesmal anders als bei den Strandkorbkonzerten im Sommer 2021 nicht an der Südtribüne stehen, sondern an der Westtribüne. Man habe sich hierzu mit einem Schallschutzexperten ausgetauscht, um den Lautstärkepegel zum Schutz der Anwohner von der Stadt wegzurichten, erklärt Brita Arena-Geschäftsführer Stefan Blücher. Ist alles aufgebaut, erfolgt die Abnahme durch die Gefahrenabwehrbehörden der Stadt, die nötig zur Freigabe des Stadions als Konzertstätte ist. Im vergangenen Sommer mussten die Konzerte mit Sarah Connor, Ray Garvey und weiteren Künstlern kurzfristig an andere Veranstaltungsorte im Rhein-Main-Gebiet verlegt werden, weil das Sicherheitskonzept nicht genehmigt worden war. Diesmal gab es nach mehreren Überarbeitungen im März grünes Licht, aktuell laufen die letzten Abstimmungen mit den beteiligten Ämtern. 2024 sollen die Konzerte fortgesetzt und auf fünf Stück erweitert werden. Ein Linienbus und ein Auto sind gestern Mittag auf der B54 zwischen Bad Schwalbach und Taunustein kollidiert. Die Bundesstraße musste daraufhin für fast vier Stunden vollgesperrt werden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 13.35 Uhr, die beiden Fahrzeuge stießen in einer Kurve zwischen den Abfahrten nach Taunustein-Seizenhahn und Hohensteinborn zusammen. Nach Polizeiangaben war der Bus, der keine Fahrgäste an Bord hatte, auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dort mit dem Auto einer 70-jährigen Bad Schwalbacherin. Die Frau wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um 17.15 Uhr gab die Polizei die Fahrbahn wieder frei. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, da der Busfahrer angab, dass es einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug gegeben haben könnte. Auto und Bus wurden beschlagnahmt, um die Unfallursache zu klären. Ab Freitag wird Castell wieder bunter, dann startet das Graffiti-Festival Meeting of Styles. Das Festival macht sich bereits jetzt in der Wiesbadener City bemerkbar. Am Rathaus ist ein Kunstwürfel zu sehen. Den versah die finnische Künstlerin Viefmagia vor wenigen Tagen mit Frauenporträts. Drei weitere Kunstwürfel, die alle höher als ein Mensch sind, werden folgen, im Kurpark, am Schlachthof und in den Reisinger Anlagen. Das Festival wird seit über 25 Jahren am Brückenkopf ausgerichtet. 90 internationale Spree-Künstler nehmen diesmal teil. Viele kommen aus Südamerika und von den Philippinen. Weitere aus den Nachbarländern in Europa haben es nicht so weit zum Graffiti-Festival. Neue Bilder wird es diesmal in der Galerie unter dem Hochkreisel sowie in der Nachbarschaft geben. Mehrere Fassaden in der Frühlingsstraße bekommen neue Motive. Die Autobahn GmbH führt auf der A 600 1 und 70 zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Nord und Mainz-Kastell arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke durch. Aus diesem Grund wird die Richtungsfahrbahn Wiesbaden in diesem Abschnitt von Freitag 16. Juni ab 19 Uhr bis Montag 19. Juni um 5 Uhr gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird für den Verkehr in Richtung Wiesbaden eine Umleitung U9 ab der Anschlussstelle Hochheim-Süd über die B40, Kastell und die B455 zur Anschlussstelle Kastell eingerichtet. Die Zufahrt zur Anschlussstelle Hochheim-Nord wird zur Anschlussstelle Hochheim-Süd umgeleitet. Für den großräumigen Verkehr ab dem Main-Spitz-Dreieck wird eine Umleitung über die A 60, das Autobahn-Dreieck Mainz und die A 643 in Richtung Wiesbaden eingerichtet. Mit Air Defender 2023 hat auch in Rheinland-Pfalz die größte Luftwaffenübung seit dem Bestehen der NATO begonnen. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 2025 Nationen teil. Am Montag ging es laut Luftwaffe zunächst mit Einweisungsflügen los, der Dienstag soll der erste richtige Übungstag werden. Dann wird man wohl erst die Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr in der Region sehen. Der Flughafenbetreiber Fraport rief die Passagiere dazu auf, sich im Vorfeld über den Stand ihrer Verbindungen zu informieren. Am letzten Tag des Manövers werden keine Trainingseinsätze mehr geflogen, um ein Zusammentreffen mit dem Urlaubsverkehr zu vermeiden, sagte Brigadegeneral Frank Gräfe, Abteilungsleitereinsatz der Luftwaffe. Auch am Wochenende wird nicht geflogen. Deutsche Flugsicherung, Eurocontrol und Luftwaffe hatten im Vorfeld prognostiziert, dass es allenfalls zu kleineren Verspätungen kommen werde. Der Frankfurter Flughafen erwartete am Montag bis zum Abend nur einzelne Verspätungen. Der Hunsrück Airport Hahn rechnete ebenfalls mit wenig bis keinen Auswirkungen. Wer aktuell Medikamente besorgen muss, sollte dies nach Möglichkeit noch heute erledigen. Morgen werden fast alle Apotheken geschlossen sein. Arzneimittel werden nur über Notdienste erhältlich sein. Mit dem bundesweiten Protesttag gegen die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung wollen die Apothekerinnen und Apotheker auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen. Es geht um Lieferinpässe, Personalnot, zunehmende Bürokratie und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. Wie dramatisch die Situation ist, zeige das Apothekensterben, so ist im vergangenen Jahr bundesweit die Zahl der Apotheken von 18461 auf 18068 zurückgegangen. Anlässlich des bundesweiten Protesttages organisiert der hessische Apothekerverband auch eine zentrale Kundgebung in Wiesbaden, die von 12 bis 14 Uhr auf dem Kochbrunnenplatz vor der hessischen Staatskanzlei stattfinden soll. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Gude Wiesbaden